Was ermöglicht uns diese globale Kommunikation mit allen Teammitgliedern weltweit, als auch hier lokal sehr kreativ arbeiten zu können. Aktuell beschränken wir uns sehr stark mit einem Fokus auf die Automatisierungsbereiche wie mit Steuerungssystemen und Robotik. Diese werden jetzt nachhaltig ausgebaut für computerinditigente Sachen wie Auswärtssysteme, AR-Thematiken, Virtual Reality haben wir auch eine spezielle Gruppe gebildet, die dieses Thema bearbeiten wird.